Und hier gibt es mal Freispiele. Dragon's Treasure. Nehmen wir mal den Knie-Fuchs hier. Das Klaus kommt schon. Ja, keine Beine. Zwei. Das ist ja mager, du. Ach, hätte er noch mal. Noch mal zwei. Mal gucken, vielleicht gucken wir noch mal. Und hier gibt es vier Drachen. Wie lange hat es gedauert. Die Uhr gleich noch mal. Mal gucken. Tore hoch möglich. Los, hau doch mal ein paar mehr Ränder an. Macht er nicht. Himmelhund. 5,50. Das hatten wir doch schon mal.